Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Den Begriff Think Tank kennt wohl jeder, wenn man den auf Deutsch übersetzt, heißt das Denkfabrik. Und die finden wir bei KRONE, Herr Oelker. Wieso haben Sie eine Denkfabrik drin? Ja, das ist eigentlich unser neuestes Entwicklungsprojekt. Wir möchten eine Plattform schaffen in der Industrie mit Industrieexperten zusammen, wo wir neue Themen, neue Fragen, die nicht nur das Morgen, sondern vielleicht sogar das Übermorgen betreffen. Einfach einladen, mit uns zusammen da neue Antworten zu finden für die Industrie, für unsere Kunden, aber auch für die Experten selbst. Was für Ergebnisse sollen kommen in den Denkfabrik? Naja, es gibt natürlich Themen, die uns alle betreffen. Das sind Themen wie der Fahrermann zum Beispiel. Oder ein ganz großes Thema Digitalisierung der gesamten Logistikkette. Das ist viel digitales Know-how. Aber wo führt das nachher hin? Wer ist nachher der Eigentümer der Daten? All diese Themen sind eher grundsätzlich in der Natur. Und die kann man am besten zusammen in eine gute neue Lösung führen. Das ist jetzt aber ein Projekt, was nicht wie ein klassisches Geschäftskonzept auf unmittelbaren Umsatz und Verdienst zielt. Nein, vielleicht nicht sofort. Aber natürlich wollen wir ein produktives Thema haben. Wir wollen nicht nur la pure la Ideen entwickeln und dann sagen, schön, da haben wir uns alle mal mehr zusammengesetzt. Nein, wir möchten auch daraus dann Projekte entwickeln, mit einem Proof of Concept natürlich die Möglichkeit haben zu zeigen, dass wir auch real etwas umsetzen können. Das ist schon unser Ziel. Dann sind wir gespannt auf die nächsten Jahre und auf die Ergebnisse der Denkfabrik. Ja, das sind wir auch. Vielen Dank. Danke Ihnen.